Das war schon sehr interessant und sehr spannend. Plötzlich steht man in einer Toskana-Landschaft und dann wachsen auf einmal Blumen, man fährt unter Wasser und das ist extrem beeindruckend, wenn man da durch ganz viele verschiedene Welten auf einmal verschwimmt und mittendrin ist in dem Ganzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017